minecraft jump lucky ways lucky ways ist der modus willkommen ich bin heute mal wieder lucky ways in der runde ich dachte mir kannst du ja machen warum nicht so was drinnen oh ja habe ich auch schon als ob ich gefehlt habe leute erste runde ich habe gefehlt ich finde ich finde hier das gar nicht so wichtig wenn man ich will das ziel erreichen hier gar nicht so wichtig weil man kommt glaube ich keine belohnung oder hat sich das mittlerweile geändert also das letzte mal gespielt hat war es eigentlich noch relativ egal ob man erster wird oder nicht hat dann nur mehr lucky blöcke abgefarmt aber so richtig ein vorteil gab das halt nicht oder bin ich jetzt irgendwie auf einer falschen spur den sprung hätte ich jetzt nicht verkacken müssen also ich habe schon ewig nicht mehr jump lucky ways gespielt aber ich finde es ein schöner modus für zwischendurch aktuell läuft jetzt im fernsehen übrigens der eurovision song contest guckt ihr den oder gar nicht oder habt ihr den gesehen bzw habt ihr den geschaut wenn ja fand ich den mega cool oder so ich weiß noch nicht wer gewonnen hat sonst könnte darüber reden als ob ich fast full dia habe ich habe fast full dia jetzt noch ein dia schwert und dia helm und das wird eine runde leute aber nie gesehen haben wow das war fail ja ich hoffe niemand erwartet in der runde jetzt hier dass ich versuche irgendwelche kill rekorde von den ganzen coolen youtubers zu brechen das ist nicht meine intention heute wie konnte ich jetzt da noch verkacken soll ich spiel einfach nur eine lucky ways so mal sehen wie viele kills wir machen das sehen wir ja dann aber ich gehe jetzt nicht hier ran und sagt ich möchte unbedingt 50 kills machen was glaube ich unmöglich ist oder er ist unmöglich weiß auch gar nicht wo der rekord ist ich glaube mein letzter stand ist ich habe gesehen wer hatte 25 oder so nämlich bin ich mir gerade unsicher ich erzähle gerade eh wieder wahrscheinlich den größten mist der welt wie immer eigentlich jetzt muss ich nur heile hoch kommen verdammt eine lucky blöcke da ach nur ein großer zwei große zombies zwei stück bekommen man mit mir bitte ich bekomme ich habe extra herz bekommen wie cool ist das denn leute ich habe extra herz bekommen einer ist schon mal zwölf alter der waschtopf oder hat er überhaupt probierten lucky block zu holen wirklich dass das kann nicht sein dass ich hier hätte ich das ziel erreicht ne unbelievable dank der heilung 6 jahren bestes schwert ist eine blöde steinschwert kommen wir mit klar werden wir gewinnen und die rüstung an und keiner ging an die runde wir werden wir locker nach hause spielen eine aber wir gehst du erst auf ihn jetzt drauf hier ne alter alter ich würde genau alter moment verdammt meine maus hat ein bisschen brain afk ja ich liebe die partikel die sind immer so schön bunt und kritis und alles schön bunt bunt kommann maus 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 monz Okay, der heilt sich. Yo. So. Ja, erstmal seine extra Herzen direkt weggeklotcht. Block hinten, block hinten, block hinten. Ah! Ja. Ich recke euch. Ich recke euch. Ich recke euch alle. Ich bin der Steranis Bösen. Okay, nein, aber ich töte sie. Ja. Meins, meins. Meins, 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 meins. Da ist der nächste. Na, Fräulein? Lochifan. Oh, da hat er mir den Kühl gesnackt. Alter. Alter. So. Der Typ hat mein Zeug geklaut. Der da. Komm, bleib stehen. Ja, da ist eine Sackgasse. Oder auch nicht. Ich hätte gedacht, da war eine Sackgasse, ne? Aber du hast das Zeug entwendet und musst deshalb sterben. Sorry, Bro. Sorry, Bro. Haben wir uns geholt. Wir haben immer noch fünf Leben, ne? Nur mal so. Wir haben noch volles Life. Hey. Cooler Angel, Bro. Ich dachte, du hast eine coole Angel. Wie du mich ignorierst. Ach, Junge. Komm her. Ne, sehe ich nicht ein. Was hat er jetzt? Intus? Keine Ahnung. Er macht sehr viel Schaden. Das heißt, wir werden uns erstmal den Popo retten. Sollte aber jeden Moment aufhören. Wir haben was Cooles bekommen. Ein Schärfeschwert. Danke, danke. Nein. Unser erster Tod. Leute, aufhören mit Minikraft jetzt, Leute. Erster Tod. Gigi ist vorbei mit Minikraft. Auf meinem Kanal. Danke fürs Zusehen. Nein, okay. Haben wir noch vier Leben. Wir können hier noch ein paar Mal Reck entdecken. Und wir haben auch noch Tank der Heilung und so. Aber ich nehme jetzt noch keinen. Wobei, ich nehme doch einen. Vorteil kann ja nicht schaden. Als ob der Obsorptionseffekt nur gefühlt eine Sekunde hält. Zack. War hier eigentlich irgendwo ein Helm? Aber scheint nicht der Fall. Okay. Ich weiß jetzt in Zukunft Bescheid, dass das echt nur, ja, quasi gefühlt eine Sekunde hält. Hallo. Ich sehe einfach keinen. Aber irgendwo müssen die noch gespottet. Ah. Oh, den habe ich eine Combo-Wormo gedrückt. Und er ist down. Da, Helm. Den Helm brauche ich. Gib mir den Helm. So, jetzt haben wir komplette Dir-Rüstung. Es lebt noch Johnny. Oh, Johnny. Warum hast du kein Gewissen? Ich habe auf Deine Liebe gebiesen. Ne, Moment. Ähm. Ist der vielleicht hier hochgeklettert? Der ist Johnny. Ah, da oben ist Johnny. Johnny. Ich habe ein Geschenk für Dich. Kommt hier keinen Fallschaden. Das weißt du hoffentlich. Ich hoffe wirklich, er weiß das. Ah. Johnny. Ich bin's. Mori. Komm, bleib stehen. Ich will Dich töten. Hä? Hä? Ernsthaft? Ich will Dich töten. Ich will Dir wenigstens einen Hit geben. Ja, wieder einen Hit mitgegeben. Ja. Ja. Haha. So. Komm, was ist denn da? Ja. Viel Leben gegen ein Leben. Der finale Kampf. Bam, 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 bam. Badam, bam, badam, bam. Hallo? Johnny, bist du zufällig hier oben? Hey, Johnny. What do you mean? Ich habe meine extra Herzen drinne, Johnny. Au, 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 au. Ich habe Low Crown. Low Crown. Haha. 16 Kills. Ist okay. Ist jetzt kein Rekord, aber ich finde 16 Kills okay. Hatte auch... Alter, ich habe gerade einen Schluck auf. Oh, ich hatte auch schon mehr, aber ich finde es okay. Ich finde es okay. Wenn euch die Folge Lucky Ways gefallen hat, dann... Schreibt es doch in die Kommentare. Und bis zur nächsten... Fah, 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 fah. Feige. Ciao, ciao, ciao. Oh, 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 oh. Ich sehe dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ame. Vielen Dank.